In drei Minuten werde ich mir das Leben nehmen. Doch bevor ich das tue, muss ich euch meine Geschichte erzählen. Die Geschichte einer Band mit großen Träumen. Ich verstehe das ganz einfach nicht, man. Warum haben wir einfach nur keinen Erfolg? Ich schwöre euch mit dem heutigen Tage hoch und ich schwöre euch sogar auf meinen kleinen beschnittenen Penis, dass wir drei irgendwann mal auf diese perfekte Rune laufen und dieses Ding kaputt rum, Alter. Eine Geschichte über die Chance des Lebens. Willkommen bei Three Minutes of Fame. Ich habe nicht nur alle Fäden in der Hand, ich habe bereits ihre Eier am Schraubstock. Wir haben nie was lieber! Dich bringe ich ganz groß aus. Eine Geschichte über Liebe und Enttäuschung. Weißt du, warum ich vor dir keinen Respekt habe? Weil du ein Niemand bist! Null! Hier ist das Geld, damit du dein Trauma füllen kannst. Ich spiel das verdammte Haram Geld nicht! Komm mit mir nach Marokko. Diese Frau, diese Frau überzeugst du nur mit Geld und Erfolg. Guck mich an, ich bin ein Loser. Ein Film über die Schönheit des Koran. Das ist ein Zeichen! Drei Minuten, die dein Leben verändern. 3 Minutes of Fame, Love and Peace. Mit Abdul Qadir Chakar, Nadia Dukali, Shah Hoffmann und Idil Baida als Gillette Aiche. Mit Gastauftritten von Ahmad Milad Karimi, Raphael Fellmer, Ben Salomo, Willi Kramer, Hamouni und Tyson. 3 Minutes of Fame, Love and Peace. Ab Dezember 2015. Bitte lassen sie uns gehen, bitte! BOMOTA ZEITER! Auf YouTube.